Moin Leute, Trimax hier. Das Video wird euch gefallen. Avostel, der geile Schwede und ich haben uns auf die Suche nach dem goldenen Automaten in Fortnite gemacht. Wir haben am Ende sechs, sieben Stunden lang gespielt und da waren so witzige Szenen dabei. Richtig, richtig geile Sniper-Schüsse unter anderem auch. Und ob wir ihn dann gefunden haben, Ende oder nicht. Und was dann passiert ist, werdet ihr jetzt sehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hasse es nicht. Der kommt zu dir, pass auf. Die Rakete. Oh, Headshot, nice. Treffer, nice. Das war doch mal ein Zugriff, wie aus dem Lehrbuch. Close Range Launcher. So. Ich habe auch 35. Undo, Cover. Geht los. Wie? Oh, hier ist einer relativ close. Oh, ja. Oh, shit. He's coming to you. Einen habe ich. Oh, my God. Alter, hast du mich gerettet. I got a mid jump. Jump into your base. He's still dying to the zone. Nice. Ganz easy Sieg. Oh, hier ist auch einer. Der ist hier unten. Kannst du den töten? Kannst du den töten? Ja, ja, ja. He's coming. Hi. Bye. Oh, my God. Come here. There we go. Oh, I don't have materials. Oh. You can do a tryback. I have him. I have him. Oh, my God. Oh, yeah. Die sind hier. Is my Gagnar in there? Übelster Headshot. Granat. Granat. Ey, das neue Schusssystem ist komplett broken. Das ist komplett broken, das Schusssystem. Going like, oh, yo. This one was passed down from generations. Like, this Verband is legendary. Oh, we got a rouse. Dude, look at the circle. Oh, nice. Get the llama and run the fuck away. Oh, you got one. Hab ihn. Nice. Good shit. Okay, den hol ich mir. Was macht der da? Der baut so langsam wie ich. Ich hab seinen Mate erstmal geholt. Oh. Woo. Das war ein guter. Das war ein Quickscope. Weil er hat auch eine Sniper gehabt. Geil, sieben kills. Richtig gute Runde. Die ist kompliziert. Ja, ja. Oh, hier ist ein Lama. What? Bist du vorbeigelaufen? Was machst du denn? Dude, I don't have eyes. Was? Ich hab keine Ögen, man. Augen. Scheiße. Ögen. Hashtag Ögen in den Chat. Was ist ein Ögen? Ögen. Bye, bye. Nice. Ähm. Ey, das ist hier eine Gegend. Jede Runde ist hier ein Lama, ne? Also. Immer. Geile Runde, Junge. Du hast ja richtig Spaß am Tötungsszenario. Ich hab ja gut gemacht. Ich hab null Kills. Du hast zwölf. Schön balanced das Ganze. Predikt Schuss. What? 209. Predikt auf Ansage, Leute. So wird's gemacht. Geil. Oh, Leute. Was ist das denn? Da ist die Schüsse. Sauber. Nee. 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 Alle, was ist los hier? Headshot. Ich hab keinen gesehen. Es war einfach alles nur Predikt Schüsse. What? Schon wieder so ein Kreis. Es ist ja ganz unlogisch. Where? Tilted Tower 60. Oh, okay. Osten. Dude, I have a plan. Echt? You wanna have some fun? Ja. Ja. Come here. Nee, ne? Als ob... Nee. Als ob das klappt. Hören die uns? Das ist das größte Gebäude in Tilted. Oh mein Gott. Geil. Die müssen uns doch hören, oder nicht? Shh. They don't hear us. Just believe, man. Just believe. Ich bin so am belieben. Das glaubst du gar nicht. Aber wenn das klappt, sind wir Helden. Do you want to have the honor? Ja, komm, komm. Was soll's? Aber ich glaub, da ist noch eine. Oh mein Gott. Es geht los. Auf Wiedersehen, du Kopf. Oh mein Gott. Wie geil. Wie kommt man auf so eine Scheiße? Gefällt mir. Was hat denn der für Loot? Was? I was gonna meme him, but I mean, they were two young Vicks, so probably okay players. Sniper. Nice. Nice. Oh, ich bin... Headshot, hab ihn. Okay, okay, okay. Lager for your... Take all the healing you can. Oh, scheiße, Junge. Come here, you little fucker. Hab ihn. Oh, lecker! Da bin ich. Unterstützung ist da. Ich hab Angst. Behind you? Build up. Build up. Ich bin zugebaut. Fuck, die Zone. Ja, 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 ja. It's fine. They're outside as well. Oh, Loos hast du. They're super low. Nice. Nice. Unter mir, unter mir. Unter dem Baum. Nice. Nice. Scheiße, Junge. Oh, da sind Verbände auf dem Dach. Die hole ich mir. Oh. Lama. Was? Das brauche ich. Ich brauche das Lama. Oh, wirklich. Oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott. Oh, die Zone kommt. You got it, you got it, you got it, boy. Ich kann die Minis auch nehmen. Ah, ne, ich kann sie nicht nehmen, ich kann sie nicht nehmen. Hey, 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 take the Minis. Okay. Was für ein Struggle. Komplette, das war das komplette Panic-Lama. Ich will gern snipen. Oh, da ist er. Oh, hier ist er, Hans Entertainment. Careful. Oh, lecker. Der Arme, Alter. Tut mir leid, der immer leid. Sehr gut. Wieder erster Platz, wieder. Teil. Goldener Automat. Wir haben noch nicht mal einen lilanen Automat. Oh, great, my game crashed. Have fun, TriMax. Echt? Nein. Bad Module-Info. Go fuck yourself, Apostle. Ich mach hier noch fix die Ultra-Jagdgewehr-Action. Ich hab extra mein Sturmgewehr weggelegt. Jetzt kommt das Jagdgewehr. Oh. Ja, okay. Ah, fantastisch. Oh, ich hab sie beide. So läuft das. Oh, du deine drei Lama hattest, ne? Immer. Das ist hier übelst der Lama-Spot. Ne, ich benutze keine Shortcuts. Oh, du hast die andere. Oh. Fantastisch. Der hat ihn grad revived. Oh, da gibt er mir ganz schön. Ja, das sind zwei, Mann. Ja, Mist. Das ist aber die einzige Chance, dass ich da jemandem einen Headshot gebe. Ja, gut. Noch auf den zweiten Platz gekommen, immerhin. Okay. I mean, that's... Well done, well done. Under the staircase, I think he is. Like, no English. Grenade. Ja, ja, perfekt, perfekt. Nice, that's a really good one. Hahaha. I saw him jump on it. He was like, no! Sauber. Lecker schmecker. Oh, der ist hier, diesen Kloß? Oh, shit. Do I have time to drink? Dude, there's always time to saufen. Eine Sekunde Zeit, Max! Ich komme! Der ist super low. Ich habe mir zwei Headshots gegeben. Wieso lebt denn der noch? There we go. Nice! Also den ersten hier habe ich richtig gelöscht. Der war einfach komplett deleted, der Junge. Bye bye! Auf die Zone. Oh mein Gott, ist die wieder hässlich. Ich weiß! Ich brauche keine fucking Materialien. Dann könnte ich schon wieder kotzen. Didn't you get a Llama? Ja, ich muss es nehmen. Ich habe keine... Ich... Ich hole das Llama. Komm schon, bitte ein Jump-Hit. Do you have one? Ne, ne, ich hoffe, ich hoffe. Bitte, lucky Jump-Hit. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh... Oh, hier ist ein Jump-Hit. Komm her, komm her, komm her. I'm coming! Aber ich habe keine Materialien. Can you meet me? Meet me at the house. Ach doch, natürlich habe ich mal drei, Jan. Oh mein Gott, I can't get you there. Kommst du hier nicht her? Schaffst du es nicht? I'm trying! That's not going to be high up enough. Oh my God. Just go if you gotta go. We can make it. Fuck, ich hätte den Slurp nehmen. Oh no. Ich habe es verkackt. Das war nicht hochge... Oh doch. Oh schon, bitte, 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 bitte. Nein. Bitte. Heil gegen einen Slurp. Ja. Ich hab. Run, run you fool. Mein Slurp hat mich gerettet. Nice. Komm ran, schaffst du es auch? Ja, ja, ja. I think I'll make it. I'm not entirely sharp. Komm her, komm her. Oh, Lagerfeuerlead. Hast du Verbände? Nein. Hast du? Ja, hier nimm. Oh, lecker. Was? Ich wurde noch nie so doll von einer fucking Seekuh gerettet. Das war ein Lama im Loot Lake. Und dann kommt da ein Jump-Hit raus, sonst wären wir tot. Nein, ich habe ihn gerade gesehen. Nein. Oh Gott, oh Gott. Kannst du hüllen? Oh, bye bye. Let's just dab on the haters. Nice. Sehr gut. Und go. Justice reigns from above. Oh, scheiß Juge! Oh, scheiß Juge! Well, that's an issue. Ich fass es nicht. Can you get her? Ich hab dir meine ganze Sturmgewehrmonie gegeben. Uh, you just try and get down here. Boom! Alter, ich liebe die Pferdlenk-Rakete-Puo. Die ganzen Zuschauer wünschen sich die ganze Zeit Lucky Landing. Ich weiß nicht, was sie da so toll finden, aber wenn... Lucky doesn't actually mean that it plays with lucky guys. Like, just because it's called Lucky Landing, does not mean we're gonna fight a fucking golden... Ja, ja. ...out them out there. Das heißt ja auch nur Lucky Landing und nicht Lucky Vending. Lucky Golden Vending Machine heißt das ja nicht. Lucky Golden Vending, yeah? Oh my God, are you fucking kidding me?! Are you... Or... Trybacks! Ja. Komm's raus! Hier sind Gegner. Are you fucking kidding me?! Hier sind Gegner. Come here, right now! Okay, okay, aber hier sind Gegner. I don't give a shit, come here! I don't give a shit, come here! I don't give a shit, come here! Oh, ne Waffe. Ist da echt ein goldener Automat, das kann nicht sein. Are you fucking kidding me?! Holy shit! Are you fucking kidding me?! Holy shit, lächerlich! Try, Max! Be the log number two! Lächerlich, nein, nein, nein. Number two! Das zählt nicht. Der Zuschauer, der das geschrieben hat, der wird das auch gebannt einfach. Digga, da nervten sie mit ihrem Lucky Landing und das ist hier echt einfach ein scheiß Automat. Nach sechs Stunden. Wir dürfen jetzt aber nicht sterben, ne? Hier sind überall Gegner. Es ist un... Es... Ich kann's nicht... Ne. Fuck. Und wenn wir jetzt sterben, bin ich sofort off. Auf gar keinen Fall jetzt sterben. Oh, hier sind sie. Zwei Leute. N-O. Da laufen sie. Oh! 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 Zwei Gäggner! Zwei Gäggner! Holy Scheiße! Nee, ne? Are you kidding me?! Niemals! Maybe you can get me. Maybe you can get me, if you're a guard. Holy shit! They're gonna be distracted. Oh my god! You can do it! I believe in just right, Max! Oh my god, oh my god, oh my god. Shh, 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 shh. Don't say anything. Don't say anything. Oh, schon erforschtlich, please. If we can't see them. If we can't see them, they can't see those! Ah, ich hab Angst! Oh my god! Oh my god! Did you get them? Ja, ich hab einen bekommen. I think the other guy is under me. No! He shot me through the thing! Wo ist er? Wo ist er? Eh, über, über. Im Holtz, im Holtz. Nein! Oh Gott! Nein! Oh, was? 25 AP! Wir haben sechs Stunden das Ding gesucht und sind dann gestorben! Fuck Lucky Landing, dude! Oh, ich hasse Lucky Landing! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! He, das ist leer!